die jahre 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 oder was geht herzlich willkommen zurück zu lego der hobbit edition der hobbit lego edition was auch immer schön dass sie wieder alle da sein wir sind gerade voll im epischen endkampf gegen den drei geste dann irgendwie der schänder weiß ich jetzt gar nicht ganz aber schön dass ihr alle wieder eingeschaltet habt das ist mal 30 minuten hier voll krank oder so was müssen wir denn jetzt hier machen das ist die eigentliche frage hat irgendwer ne Schaufel dabei die hat ein Eichenschild wow, 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 lass mal in Ruhe hier hat er kein Herz gedroppt äh, hat der eine Schaufel dabei? ne, auch nicht was hast du, hast du eine Schaufel dabei? ne, auch nicht hast du eine Schaufel dabei? nein, auch nicht so ist natürlich super schon geil äh, da hinten ist jedenfalls noch irgendwas vielleicht können wir auch irgendwas zusammenbauen, das glaub ich schon fast eher äh, schauen wir erstmal dahinter was ist hier so? nichts, okay da fürchtet er sich einfach nur ähm, h1 kenn ich mal hier ich hab zu viel zum ausbuddeln auch, glaub ich, oder? war auch hier wieder irgendwie aus äh hier vielleicht hey, hey, hey ich glaub, ich weiß was ich machen muss und zwar einfach das zu hier testen ja, genau, das hört sich gut an können wir nicht da hochspringen und ihm geben zack ah, B, B, B äh, muss ich jetzt nur zuschauen? äh, nein, scheiße zack, zack ah, nein, fack, das war nicht A das war ein Fehler das war ein Fehler haha, lass mich nicht runtergestoßen verdammt scheiß fie ich, oh fack, ich bin schon wieder fast tot aber wir sammeln hier richtig viel Fell das finde ich schnitt eins von fünf was hat das bitte ok wahrscheinlich müssen wir jetzt da irgendwie was machen ich muss erstmal den Typen hier killen fürs Herzchen und hier noch einer Spider Special Attacke flalalalam nice verwende eine Pflege jaja, wissen wir alles danke ganz aufhören mit den Tipps wer hat eine Pflege? warte, das war auch der mit dem Pflege, oder? das war auch der mit dem Pflege, oder? das genau passt doch alles wollte ich grad sagen au au das können wir hier nach oben das klingt lustig man weiß es noch nicht was zusammenbauen vielleicht hier können wir was mit dem Pflege zusammenbauen mit seinem Schwingen Ding hier am Start wiii das können wir dem geben au äh, da, scheiße oh mein Gott das ist das ist das was wiii die los ich das ist mache ich Zack Bam Oder das quickste time sequenzen Easy going Oh Gott Arzog War besiegt Damals sagte ich mir Diesem einen Kann ich König nennen Und der bleiche Ork Was ist aus ihm geworden Dieser Abschraubung Das Verlangen An seinen Wunden Verrückt Im Telefon Mein Gott Dieses Spiel Koch in das Loch Äh krieg Nein Koch in das Loch zurück Doch passt Arzog Der Schänder Nice Nächstes Level abgeschlossen Oder wie viele Freigeschalten haben Krass Nochmal zwei Charaktere Zum Kaufen Wie auch immer ich die kaufen soll 24.000 nur Krass Irgendwie 10% Keine Ahnung Schon ziemlich viel eigentlich 96 Alter Ein Minikit Wow Nice Ereignisse in der Mitteleerde freigeschalten Okay Ein Legostein Jo Geschichte fortsetzen Die Gemeinschaft Baute ihr Lager ab Und wanderte weiter Als sie zur letzten Brücke Zum Tal der Trollhöhen aufbrachen Spukten die Geschehnisse der Nacht Noch ein Bilbos Kopf herum Jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg oder was Wo sind wir jetzt hier Können wir Aha Hier ist doch irgendwas Wo sind wir jetzt hier überhaupt Muss ich jetzt kurz mal gucken Wir gehen jetzt praktisch ein bisschen weiter Was sind das für rote Teile hier Aber es wird praktisch so die Geschichte auch Was ist das der hier bitte So viel neues Zeug Weiter Spitz okay Also wir Kriegen praktisch hier die Geschichte mit Während Wir durchgehen auch Krass Jedenfalls cool gemacht Das heißt auch wenn wir hier so weiter gehen In der normalen Welt Sind ja auch dann so die Level verteilt So hier ist doch irgendwo einer Da hallo Ah den können wir kaufen Ja auf geht's Wo ist der jetzt Ah da Okay nice So können wir also Typen kaufen Ach gut zu wissen Müsst du vielleicht wieder weg gehen Danke Was ist das hier für ein rotes Feuerzeichen Wissen wir nicht Okay Können wir jetzt hier in Brie rein Wenn das Brie ist Ich schätze mal schon Warte hier ist doch irgendwas Das geht aber nicht auf Super Vielleicht kommen wir da auch erst später rein Ah das können wir aber hier in Brie rein Hm Das ist doch bestimmt irgendwas Hier war doch das mit dem Schmieden Dachte ich Irgendwo hier Ich höre mal was Oho Wo ist er Mein Mann bestand darauf In der Höhle bei der Wetterspitze Mal Schmiedematerial zu graben Er ist Schmied Weißt du Aber er ist jetzt schon schrecklich lange fort Und ich mache mir langsam Sorgen Bitte Würde es dir etwas ausmachen Nach ihm zu sehen Ich kann den Laden erst öffnen Wenn er zurück ist Okay Dann machen wir das doch gleich mal Was will der hier Durch die Höhle So ein Schmied wieder zu finden Okay Ah Schmied doch Den müssen wir schon finden Dann können wir auch Sachen schmieden Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht Okay da können wir auch rein Hat eigentlich irgendwer von hier Eine Zack Was ist das hier? Weitere Charaktere Er hat nicht Kann Legorohstoffe abbauen Aha Da sind wir doch richtig So Müssen wir jetzt hin Hier irgendwo Was coole ist halt Jetzt können wir auch die ganzen Legorohstoffe abbauen Ah und das sind diese Geiststeine hier oder Ah die können wir auch abbauen Oida Nice Perfekt That's timing Ich sag's euch Konnte nicht Gandalf Die Teile kaputt machen Wo ist denn Gandalf? Man kann ich Gandalf nicht auswählen Zwergen sollen Zwergen sollen Golden Geisterlegosteine hier Das sind noch Geisterlegosteine Hm Naja Dann halt nichts Wetterspitze Okay Ah das finde ich cool Also ich verstehe langsam das Prinzip denn auch Okay was ist das dir? Ups So Bei meinem Bart Würde jemand bitte dieses Ding mit mir tauschen? Es produziert dauernd Stats auf sehr Übel riechende Weise Meine Händlerlehre verbietet es mir es einfach wegzuwerfen Also schmiede mir ein Ach ich weiß nicht Ein Mithril-Hühot-Stab So was gibt es doch Oder? Jaja Sicher Was haben wir hier? Ups Aha Jeha Wie geil Mein Gott Äh du kannst Ja bliblablub Können wir noch nicht Weil wir den Spiel noch nicht gefunden haben So wo müssen wir denn überhaupt hin? Alles cool ist Wir können uns Steine abbauen Das hatten wir früher gebraucht Hier sind ja nirgends mehr irgendwie Rohstoffe Das war alles ein Hobbiton Da können wir bestimmt auch nochmal zurückgehen Ich glaube man kann einfach so viel machen Muss dann später definitiv so ein paar Folgen benutzen Was haben wir? Dunkelleit Klaren Sicht Okay Also auch noch rätselt Mal abbauen bitte Zack Eula ich boss Krank So gleich noch ein paar von den Teilen mitgenommen Bin ich hier richtig? Ich hoffe mal das ist die richtige Hülle hier Schaut fast schon so aus Na ich glaube schon Also wenn wir den Schmied mal finden Ist das schon ziemlich geil Sesam öffne dich Okay Wir haben aber keinen Bogen dabei Das ist glaube ich nicht so gut Ähm Komm ich da überhaupt irgendwie drüber? Ah hier okay Okay Ähm Ja Schon Was mache ich jetzt hier? Ah hier müssen wir jedenfalls irgendwie Doppeldeugs machen Die von Orivers ist Und die jetzt Okay habe ich hier den Typen dabei? Ne der ist gar nicht mehr dabei Ah doch da ist er doch Zack Ah nice So Nochmal oder was? Okay Nochmal Was bringt das jetzt? Ah toll dass der Stein hochgehoben wird Ist ja auch so nützlich So äh Kommt mal hier rüber bitte Hier brauchen wir Einen Double Team Einen Double Team Sagte ich Einen Double Team Geh mal da weg Ihr Fettsäcke Mein Gott Warum rennen die da alle dagegen? Weg da Gandalf Verpiss dich Boah ey Ich glaub's nicht Vielleicht sollten wir noch gar nicht hier sein Man weiß es nicht Komm ich hier irgendwie wieder zurück Ähm Checkt nix Ich bin gar ein bisschen überfordert glaube ich Ich glaub hier sollte ich gar nicht mal so rüber gesprungen sein Ähm Ich glaub nicht das muss ich von der anderen Seite machen Ich komm hier halt auch nicht mehr raus Das ist das Problem Ähm Oh Double Team bitte Da muss ich nämlich auf die andere Seite dafür aber Kann ich hier drüber springen? Ah ok Er hat's denn mit dem Geschäft So Äh hier Double Team bitte Und das kaputt haben Also geht doch Zack Easy going Was bringt uns das hier? Gar nix Super Pfft Hinten haben wir noch ein bisschen Geld dabei So ihr könnt wieder aufhören euch zu umarmen Was ist das da? Kann ich da irgendwas mit ihm machen? Hä? Na ganz scheint nicht Aber hier müssen wir doch hin dachte ich Naja dann halt nicht Oder? Nein es führt uns wieder raus Ok Komisch Und das führt uns wieder rein Also scheint können wir da drin noch nix machen Auch nicht schlecht Dann machen wir da halt nix Das haben wir hier drin noch Hier ist irgendwie so ein Stein Oh Schaut aber cool aus hier Hier brauchen wir auch wieder so So ein komisches Teil Naja ich hörts mal Das ist ziemlich gefährlich hier Nun gut Äh Dann schauen wir einfach weiter auf der Hauptmission Fragezeichen Ausrufezeichen Können wir nicht Was ist das hier? Keine Ahnung Äh wie können wir in der Hauptmission weiter machen? Ich weiß es nicht Äh Das ist hier die Frage Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert irgendwie Erstmal wieder hier Jemand mit einer Spitzhacke Hatte der eine Spitzhacke? Ne Spitzhacke Fuzzi Wo bist du? Der eine? Nein wer hat eine Spitzhacke? Der So Wenn wir hier schon hier sind Dann können wir die ganzen Materialien ja auch mitnehmen Ist eigentlich schon ziemlich Weiß nicht Süchtig machend hier die ganzen Ressourcen zu sammeln und so Also hier hat irgendwie was von Minecraft Nice So da kommen wir nicht rüber Oder kommen wir da rüber? Äh Haken Fuzzi Äh Haken 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 hatte doch Äh wer hatte Haken? Eine von den beiden glaube ich Ja Graben und Samenpflanzen Okay Wer war denn das mit dem Pflege? Riesige Lego-Luken Was ist der? Der was? Komm es doch Hey Was bringt uns das? Gar nichts Doch Wir können uns draufstellen Oh Geil Schon cool Na gut Dann schauen wir einfach mal hier weiter Hätte ich gesagt Gut gut Sind wir hier richtig? Hä? Hä? Oh man Ich hab gerade keine Ahnung wo ich hin muss Schaut aber cool aus hier Da kann ich nicht durch Aber hier können wir irgendwie den König kaufen Sehe ich Hallo? Oder auch nicht Äh Versingen drei Steine So zeigen sich drei mehr So zeigen sich drei mehr Erklimmen sie So zeigt sich vielleicht dein Begehr Okay Okay Toll Bitte mal kaputthauen hier Bam Oida So ein Boss Muss ich jetzt alle drei Steine kaputt machen Oder was? Bam Boah Mann ich sag's euch Richtig gut hier drin So was muss ich jetzt hier machen? Da drauf springen bringt uns nix Könntest du hier irgendwie was? Ah nein wahrscheinlich muss ich mich hier stapeln oder? Ne Ich brauch ne fette Axt So und zwar muss ich Hä? Warum kann niemand von euch fette Teile kaputt machen? Hm Ich dachte das kann man schieben Nicht? Riesige Lego Platten zerstören Aber Nicht schieben oder was? Können einen Hammerschlag ausführen Der vielleicht? Ah Da sind wir richtig Ähm Hier bitte hin schlagen So dann nach oben Hier nach drüben Ah ich sag's euch Ich hab's raus Hier hin Geh weg Da hin Dann Aha Aha Bin ich nicht ein Pro So Selbst wenn man nicht in Hauptmission ist Hat man noch so viel zum Entdecken Und so viel zu tun So krank Okay hier müssen wir hier einfach drüben Oh Gott das ist so ein Scheiß Rehersing So Sind wir hier richtig? Schau's einfach mal Ja doch Schaut schon gut aus Hier ist der letzte Ähm In die Richtung In die In die Gibt eh immer nur eine Richtung Von daher Die Und dann Hier rein Bam Nice Jetzt können wir da nach oben Oder was Oder wie Oder wo Aha Das Was machen wir jetzt hier Jetzt können wir den Ah jetzt können wir den kaufen Nice Na klar kaufen wir den Thor Mit Rüstung Nice Äh Ich hatte gerne Den Typen mit Dem Hammer Äh war das gleich nochmal Scheiße Äh Hallo Klauzenpeller Was auch immer das ist Wo ist denn der? Oh hier ist ein Legostein Nice Und jetzt können wir hier raus Wieder Das ist auch praktisch Hat sich jedenfalls schon mal gelohnt Hier Aber wo ist jetzt der mit Ah den brauchen wir Ich gehe halt mit dem auch noch schnell nach oben Warum die uns nicht nachkommen können Ist dann bleibt ein Rätsel Aber finde ich echt cool gemacht Dass man so Sachen auch hier entdecken kann Richtig 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 Nice Bam Oh tschüss Ich glaube ich habe bis jetzt noch keins verkackt Hier alle Rohstoffe nochmal schnell sammeln Oh schon wieder Puh Sag es euch Kenne ich mich wenig bei sowas Vor allem Ach scheiße Ich glaube es war nicht so gut Ah da kann ich aber nochmal schlagen Oder was Okay Das heißt wenn ich ihn nicht in der Mitte treffe Dann darf ich dreimal schlagen Das ist ja vielleicht sogar besser Oder Unter wie oder wo oder was Ich weiß es nicht Zack Bam Hm Komisch Vielleicht sollte ich dann gar nicht in der Mitte treffen Das macht ja auch keinen Sinn irgendwie Naja Vielleicht war es einfach nur so ein bisschen zum Kompensieren Dass man schlecht ist So so Wo geht es hier lang Keine Ahnung Aber ich würde sowieso sagen Wir machen erstmal ein klitzekleines Päuschen hier Und nächstes Mal geht es dann hoffentlich weiter mit der Hauptmission Hoffe ich jedenfalls mal Ansonsten Ja Werden wir mal schauen dass wir weitermachen können Also hoffe ich hat es gefallen Oh hier das machen wir noch kaputt Zack Bam Nice Also wie gesagt hoffe ich hat es gefallen Würde mich natürlich wie immer immer mit einem Like freuen Hilft der Serie Hilft mir Und kostet euch ein Sekündchen Sonst wie gesagt hoffe ich hat es gefallen Wünsche euch allen noch eine restliche Woche Hoffe ich ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein Und vielen Dank Ciao und out da rein Outro